Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Overwatch mit Nefi. Hallo. Hallo. Wir sind auf, äh, was ist das noch, Anubis? Ja, Tempel des Anubis. Torbjörn und Bastion wurden genervt. Absolute Deathmap, ja. Und ich glaube, Genji wurde noch gebufft. Genji wurde gebufft. Ich habe gestern gespielt, der geht so ab, Genji. Die machen auf einmal Moves, die habe ich noch nie gesehen mit dem. D.Va wurde auch genervt. Genervt? Früher war das so, wenn sie ihre Ulti reingeflogen hat und dann gestorben ist, dann ist die Ulti da gewesen. Jetzt ist es so, wenn sie stirbt, verschwindet die Ulti. Och. Jetzt haben wir nur einen Torbjörn. Was ist hier los? Einen Torbjörn und kein Bastion? Was ist hier los? Bastion wird genervt. Keiner nimmt mehr Besten. Was? Ich wollte Besten nehmen. Oh, zwei Roadhogs. Yo. Yo. Alter, jetzt geht es richtig ab. Einen habe ich down. Erstmal die Eiswand hoch. Nice. Scheiß am Dampfen. Oh nein, nicht der. Eisblock. Ja, er ist weg. Du kannst rauskommen. Jetzt kommt er wieder. Ich war ein Eisblock. Zwei Roadhogs, Alter. Alter. Ich glaube sogar, die haben mehr. Scheppe Morigals. Oh nein, der ist drin. Roadhog ist auch durch. Au. Okay, wir müssen anders spielen. Das wird so nix. Ähm. Ja, wir nehmen wir da. Jetzt gibt es ja erstmal die Soldaten. Oh, ey. Oh, die kommen durch, ne? Ja, voll. Ich hatte letzten im Map, da war, da war Bastion noch nicht genervt. Da war das hier, da standen oben drei Bastions. Das war noch bevor genervt wurde. Ja, ja, genau. Genau. Keine Chance. Drei Bastions, ein Torbjörn und weiß ich nicht alles. Ja, kamst du nicht durch. Keine Chance. Egal, welche Heroes du genommen hast, kam es einfach nicht durch. Unnichtbar. Unmöglich. Ach, fuck you. Bin jetzt Bastion, ne? Hast du echt? Ah. Ich habe letztens eine Runde mit Bastion gespielt, da habe ich mich, äh, wo war das? Ich weiß gar nicht, welche Map das war. Ähm, Dorado hat am Ende ja diese Fabrik. Teleporter online. Ja. Und dann habe ich mich da reingestellt mit, äh, Bastion und hab alle gekillt, hab ne Killstreak von 20 gehabt und alle dann so, wow, Bastion, wow. Und ich dachte mir so, ja, wenn mein Team es nicht gebacken kriegt, was zu reißen. Kannst du da den, den Typen genau auf dem Spot noch wegmachen? Er ist doch weg. Ist doch alles gut. Das Problem, das, das Gute an Bastion ist jetzt wieder, dass er wieder ein bisschen mehr skill-lastig ist. Also jetzt musst du ja halt auch wieder Leute töten. Oh, Sniper. Okay, jetzt bin ich down. Ja, ich habe gesehen. Hat er auch ne Scheiß-Pose. Oh, Sphäre. Sieg ist jetzt doch online gegangen, alles cool. Alles cool. Alter, wo hat sie denn den Teleporter aufgestellt? Was ist sie? Oh, das ist kein Teleporter. Die Sniper-Olle steht da oben. Kann ein Panzer werden. Oh, ich treff den nicht auf die Entfernung, das ist voll unfair. Roadhog down. Oben ist Roadhog über dir. Ja, den kriege ich leider jetzt gerade nicht. Ich habe den Dings gemacht, den Zenyatta. Nice. Ey, die scheiß Sniper. Wo ist sie denn? Oben auf der Brücke, wo die durchgegangen sind am Anfang. Da steht die drauf. Ich krieg sie nicht. Immer noch? Ja, ich krieg sie. Alles klar, ich fahr da hin jetzt. Da kommst du nicht hin. Du kannst, ey, du kannst den Panzer hochschießen, aber... Doofe Kuh, ey. Ich treff die nicht. Ich treff die... Oh, ne, du hast Roadhog gemacht. Okay. Ja, das war der Falsche. Und dann kommt Zenyatta noch. Ja, es hat dieses Spiel. Ja, der Ulti kaputt dann halt. Zenyatta. Alter, jetzt sind sie drauf. Jetzt, äh... Ne, ne, ne. 60 Sekunden noch. Das schaffen wir. Okay, jetzt schaffen wir nicht mehr. Wo sind die Leute? Ich renne. Ich renne mit Soldier so schnell ich kann. McCree down. Die haben Reinhardt. Reinhardt wie ein Rocker. Komm nicht pünktlich hin. Ne, wir auch nicht. Die hatten noch einen Reinhardt. Ach, hier steht ein Reinhardt, ey. Ja, der... Das Gute ist halt, dass wir B jetzt nach fünf... Alter, fünf Minuten Angriffszeit auf der Map. Ist aber eine Verteidiger-Map eigentlich. Weiß nicht, warum wir so jetzt... Ja, weil Kai... Weil beim Anfang scheiße gedefft haben. Wir haben ja gut gedefft. Na... Die dürften eigentlich gar nicht so weit kommen. Jetzt hast du hier das Problem. Ich mach dir die... Das Schild von Reinhardt ist gleich weg. Ja, das ist weg. Warte, ich geh mal hier raus. Oh, der Teleporter steht ja scheiße. Ich bekomme die Headshots rein. Scheiße, der Teleporter steht richtig mies gerade. Wollte ich mal sagen, aber... Der geht auch gleich kaputt noch. Reinhardt down. Die Sniperin muss weg da. Ach, scheiße, ey. Die Fire snipert auch nur rum. Die steht nur hinten und schießt die Raketen rein, ey. Ich weiß, dass der Teleporter noch steht, ey. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er nicht mehr. Jetzt ist er weg. Hatte... Der hat ja... Der wurde auch genervt. Das war der ersten Beta, ne? Oh, fuck. Reinhardt von hier. Von mir. Uuuuh. Tschüss. Reinhardt down. Dankeschön. Ah, die Sniper-Tussi ist wieder da. Ich find's geil. Ich hab'n Spruch mit... mit Brüchen sind bei Bastion ja so... eher so... Ja, aber er singt dann so... Ich liebe Bastion. Ich liebe Bastion. Ich muss mal kurz weg. Reinhardt kommt bitte. Als ob. Hier kommt ein Reinhardt von links. Ja, sein Schild ist down gleich. Schild Ich muss nachladen. Sehr gut. Ulti von links. Die war gut. Die war gut. Oh nein, die ist nicht gut. Kommt zurück. Uh. Punkt umkämpf. Wo ist er? Der haut hier rum. Ah. Töte ihn. Er ist fast down. Jetzt sei down. Erstmal heilen. Ich geb nicht auf, bis der Job erledigt ist. Problem ist, ich kann hier nicht die richtige... die richtige Dings aufziehen, weil... die von vorne kommen und wenn der da rein hat, zum Beispiel reinballert... In sie kommt. Ah, fuck, die haben auch ein Bastion jetzt. Die kommen von links, ne? Ich hab dich im Visier. Schaffst du? Du kommst doch nicht raus. Ich liebe den Gerot von der Puls-Molation. Also zwei hab ich geholt, also... Die kommen von links jetzt wieder? Ja, ja, aber von vorne hab ich geholt. Ich hab den Dings gemacht. Hätten sie Senjata nicht gehabt, hätt ich, äh, mehr geholt. Ich hab immer noch... Ja, nice! Jawoll! Oh, fuck. Das ist echt so assig, wenn du mit Dava die Ulti nimmst und dann fliegst du rein und lässt die Ulti über den los und dann springst du da raus quasi. Richtig gut eigentlich. Richtig So, Genji down. Hast unser Teleporter so lange überlebt? Ich versteh das nicht. Nicht unser Senjata, ne? Okay, Sniper ist weg. Killstreak! Ich hasse Bastion. Das ist absolut die schlechteste Aufnahme. Bastion ist so weak geworden, Alter. Der schafft nichts mehr. Ne, der ist so schwach geworden. Und trotzdem hab ich ne 10er-Killstreak. Ja, du musst die nur richtig positionieren jetzt. Komm schon! Das ist eure Gerechte! Das ist eure Gerechte! Aua! Aua! Ich werd angesnipert. Ah, nice! Best schon noch gemacht. Ne Minute noch, ne? Ja, ja. Warte mal, ich geh mal ein Stück nach vorne, den kann ich nicht mehr echt kriegen. Boah! Oh, mein Spiel ist ein bisschen laggy gerade, ey. Oh, mich hat's selbst stört. 13er-Killstreak. Mehr hab ich nicht geschafft. Jetzt haben die auch zweimal Farrah, ey. Zwei Farrah, zwei Genjis. Oh, das ist deren. Die können ich gewinnen. Wow! Da kam so ein Panzer um die Ecke. Hm. Oh, McQueen. Der alte Mann hat immer noch ein Panzer. Ich hab dich im Visier. Genji down. Oh, jetzt hab ich kein im Visier. Ich bin ein Panzer! Zehn Sekunden noch. Das ist ne sichere Sache. Nur weiter so. Wieso packst du den Teleporter hierhin? Gott! Koro steht da vorne. Ich glaube, das gewinnen wir noch. Ja, haben wir doch. Sieg! Sieg! Jetzt müssen wir angreifen. Das ist viel schlimmer. Sexy, wie der Wind. Highlight des Spiels. Waren das ihre Dinger? Wahrscheinlich. Ne. Ja, die siehst du ja nicht. Ne, aber die würden da stehen. Guck mal, das hat sie gar nicht so schlecht gemacht. Nein, wohl zwei Kills. Der Goro. Ey, wieso ist das Spiel bei mir? Bei mir steht bei dir Total Medals Earned auf Englisch. Alles andere auf Deutsch. Hä? Ich hab total Medals Earned fünf und vier davon sind Gold. Aber gut, verliegene Schilde waren auch nicht schlecht. Aber ich verstehe halt nicht, warum es bei dir auf Englisch steht und bei den anderen nicht. Weiß das auch nicht. Wahrscheinlich ist das so selten. Ah, ich krieg ne Lootchest. Uh. Wahrscheinlich. Ich hab vier Goldmedaillen gesammelt. Stufe 15. Todesstöße 16. Oh. Trink mal. Wird ja wohl noch erlaubt sein, oder? Ne. Jetzt müssen wir verteidig, äh, angreifen. Ah, wir kommen. Ach, gut. Ach, Glück gehabt. Die finde ich aber auch, wenn wir Angreifer sind, finde ich die auch scheiße. Ach, warte auf Spiele auch. Ach, nee. Es warte auf Spiele. Keine Unterstützer. Wieso ist mein Spiel so laggy? Not geht das Spiel! Oh. Pursing ist aus. Ja, jetzt seht ihr, was für ein Scheißrechner ich hab hier. Alles auf niedrig hier. Könnt ihr mal sehen. Ähm. Leck dein Spiel oder leck deine Aufnahme? Ich nehm grade mit Fraps auf. Mit Fraps? Mh. Machen Sie sich verraten zum Angriff. Ist das noch tief? Ich hab auch schon mit Fraps aufgenommen. Ich hatte letztes Mal das Gefühl, dass es bei OBS ein bisschen gelagget hat. Haben wir wieder ein richtig gutes Team zusammengestellt. Oh, wieso? Wenn Olaf... Olaf Schno... Jetzt noch einen Support nimmt. Wie soll er denn zu viele Scharfschützen und keinen Unterstützungshelden machen? Ja, wir sind doch nur zwei... Wer ist denn noch Scharfschütze von dem? Wir sind doch nur zwei. Ach komm, nehmen wir mal. Mit nem Feuerwehr-Skin. Ach ne, das ist Feuerwehr. Heute sind wir alle Soldaten. Schau mich an, ey. Hier, guck mal, ich hab hier mit dem... ich hab den Bubi... Der ist ja süß. Oh, guck mal, da kann man... Ja, da kann man also... Da kann man... Oh! Passende Form auf jeden Fall. Alles klar. Ich find ja Soldier 76 richtig geil eigentlich mittlerweile. Ja, mit dem hab ich ja auch grade gespielt. Ja. Macht relativ viel Spaß, jetzt halt. Auch nur noch ne Frage, bis der genervt wird. Ich glaube, die haben Reinhard. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Sagt Hallo. Ich kann durch Wände frieren. Hast du das mit Mace schon mal gemacht? Ja. Ach fuck, falscher Knopf. Oh, direkt tot. Hahahaha. Geile Scheiße. Alter McCree, ey. Sein Schild ist down. Endlich. Das ist echt, du bist hier nur ausgeliefert Schon von Anfang an Ach, fuck you Er mit seiner scheiß Betäubungsgranate Nein, ich wollte mich gerade einfrieren Ach, Mann Geh weg, geh weg Ich bin raus Nein, McCree Ach, du Pottsau McCree ist so ein harter Konter Gegen May Ach, ich bin auch in die Falle gerannt Okay In die Falle von Dings, oder was? Von Junkwit, ja Schon wieder McCree geht mir so auf den Sack Kann dir mal bitte einer wegmachen Dankeschön So, jetzt haben wir das schon Gewonnen haben wir noch nichts Die haben Teleporter Hier steht ein Torbjörn Oh mein Gott Oh Nein Ich habe noch zwei Kills gemacht Ich habe so aufgeräumt Killstreak, Leute Ich habe meine Ulti ready Nice Oh, wir captchern gerade hart Oh Wie ich wieder abgehe Nice Jetzt wird es schwierig Auch eine absolute Defendmap Find ich Geht Kommt immer drauf an, wie die sich anstellen Obwohl Wenn du hier mit Symmetra Ich habe hier eine Runde mit Symmetra mal gespielt Mit der kannst du hier richtig gut abgehen Ich glaube aber auch Dass die Heroes Auf dessen Maps man spielt Dass die immer ein bisschen besser sind Kann auch nur sein Dass das so eine Einbildung ist Ich fahr mal rein, ne Ja, mach mal ruhig Ich bin drin, also Guten Tag Hier geht nirgendwo hin Da oben ist das Geschütz von Dings Nein Ah, Reinhard Das wäre so geil gewesen, wenn es geklappt hätte Wenn Reinhard nicht gewesen wäre, hätte ich Hanso bekommen Ja, wir haben auch zwei Soldier 76 Das macht natürlich auch wieder Sinn Naja, wenn beide ihre Ultis richtig timen Ist das schon geil Ich fahr wieder rein Direkt reinfahren war die beste Lösung Dann bin ich Boah, ey McCree ist so ein Ist nervig, ne Ich kann mit dem aber nicht spielen Weil man mit dem zielen muss Ja, es ist krass Zuschauer haben mich auch schon gesagt Kannst du mal McCree zeigen? Ja, kann ich Aber wird keine gute Runde Oh, May Ich bin über das Ziel gefahren Und habe sie abgelenkt Oh, jetzt haben sie mich gesehen Das Schlimmste, was ich ja finde Ist ja Junkrats Kamikaze-Aktion Immer, ne? Ja Oh, Gegenverkehr Ich glaube, wir brauchen auch einen Junkrat Wegen des Torbjörn Ich nehme den Zielpunkt ein Hau ab Ich habe den Turm dahin gestellt Nee, ich kann mit May jetzt gerade nicht Ich habe mit May gerade nur getrollt Warte mal Cool, bis nimmst du irgendwie Ja, Junkrat Junkrat oder Lucio wären beide gut gewesen Das bin nicht ich Ja, sag doch was anderes, Sven Wir machen den Weg frei Ja, genau Okay, wir können nicht durch Ich bin betäubt Oh Die Stunde hat geschlagen Also, die sind meistens rechts, ne? Mhm Fuck, ich kämpfe hier gerade gegen den anderen Junkrat Und er hat gewonnen Natürlich Der McCree Der McCree ist richtig gut Ich hasse die Map Ich hasse auch die Map Die und die Tamriel ist an Ja Das sind so die Schlimmsten Wir haben aber auch echt die Creme de la Creme erwischt Ja Von rechts kommt die Alter, wie oft kann er denn seine Ulti einsetzen zur Zeit War schon nicht mehr feierlich Oh, meine Falle hat eingetötet Nice Oh, fuck McCree, du Pottsau Oh Warte mal Ich glaube, das war ganz gut Das Ding jetzt seine Das ist nicht unsere Das ist nicht unsere Ayo Olio Oh, dann macht der Lucio mich fertig Ich spring jetzt rein und mach ein Schild in die Mitte Wir haben ja den Punkt schon ein bisschen eingenommen gehabt Wir haben die ja gut kaputt gemacht Achso, du bist Winster Alter, aber wenn alle gleichzeitig auf die schießen, hast du keine Chance Der Schild von Winston, der geht auch schnell kaputt Wie oft hat der die fucking Ulti, Alter? Also das ist ja Der töte ziemlich oft welche, ne? Was? Ach man Der hat doch an, ey Ich dachte, seine Ulti wäre aus, schon Gibt doch bestimmt Hacks hier in Dings Ah, Blizzard ist eigentlich relativ hackfrei Aimboards oder so Ja, aber dass McCree mich mit seiner Ulti trifft, ist jetzt kein Hexenwerk Also Das ist schon ziemlich viel Hexenwerk Gegnerisch ist geschützt Nein Nein, nein, nein Oh, kommt er um die Ecke mit seinem Sechster Schuss Oder wie viele er hat Ach man Jetzt hat der einen Turm in der Mitte stehen, oder was? Ja, oh Scheiße Jetzt hat er noch geschmolzen, der Kerl Brauchen wir gar nicht reinlaufen Fuck, ey Keine gute Runde, ey Na ja Das haben wir eigentlich noch relativ gut gemacht zu Anfang Und das ist jetzt halt die Däffer Wenn wir Wir müssen eigentlich alle unsere Ultis haben Alle zusammen rein Alter, der Turm schießt sofort auf dich Gerade mit Pharah und D.Va und Haben wir ein Heiler drin? Jawohl Wir haben eine Gruppe will hin Ja dann Los Diva Nein, nein Habe ich ja kommen sehen zu dir Nein, ich war ja nicht beim Reifen Ich war zwischen Reinhard und Lucio Oh Lucio, huste mich Lucio an den Reglern Oh, wir capturen gerade 30 Sekunden? Wer capturet denn von uns? D.Va Das ist gut D.Va Ulti Jetzt haben sie noch ein Bäschen Das ist unsere Chance D.Va Ulti D.Va Ulti D.Va Ulti Ja, 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 ja Da kann man auch mal den Helden spielen Bei so einem Intro Aber es ist der Gegner Ah, komm hier Aber der hat dich noch gemacht Ja, da ägge ich mich gleich so richtig Das ist das Ding Das war knapp, ey Nicht so schlecht Der McCree war richtig gut Muss man ihm so lassen Bewert dich auch positiv Die McCree Ja Den Man-King Den Man-King Leute, ob ihr Ne, was wollte ich sagen Keine Ahnung Vielen Dank fürs Zusehen Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020